Gehen wir mal hier rein. Oh, das sieht ja gut aus. Na, lass das mal. Erstmal die Giftigen hier wegmachen. Ein bisschen Auflagen. Na, das Item holen. Da gibt es 5. Durch den Fremden war das glaube ich, ne? Okay. Jetzt mal das Skelett hier wegmachen. Eingefall ist jeder. Okay, das Skelett kommt immer wieder. Ach du, das Skelett mal weg. Statt Iran. Ich bin hier andersweit sich beschäftigt. Ich bin auf ihn hier. Hör auf Mirania anzuwerfen. Scheiß, die waren dann. Okay, der ist tot. Ich kann noch die Skelette wegmachen. Und dann war's das auch. Wieder ein Level ab für Mirania. Kann sein, dass sie ein bisschen schwach war. Jetzt mal die Level 2. Genesung. Stellt viele KP wieder her. Und hebt negative Statuseffekte auf. Auf Wirbeln erweitert den Effekt auf die gesamte Gruppe. Ich sehe nicht, was dieses Trial bewirbt. Ich denke, die dunklen Spirits versuchen uns in irgendeinem Weise zu testen. Well, alles was wir jetzt tun können, ist zu gehen. Schreibstern. Angriff plus 1. Dann würde ich wieder sagen, wieder zurück, ne? Okay. Ja, aber würde ich nicht reingehen. Ähm, benutzen. Aber ich muss mich, glaube ich, erstmal umgucken, ne? Damit wir... Ne, es muss wieder auf... ...den Standard-Ausrüftungspunkt gelegt werden. Glaub ich. Pass mal auf. Es sieht aus, wenn wir die Trial überkommen, der Weg zu uns öffnen wird. Geil. Ah. Ja, dann... machen wir das doch mal. Da ist ne... ziemlich coole Lichttreppe. Also müssen wir einfach die... Wege entlang gehen. Okay. Schützen lästig. Seil, pass auf, dass sie nicht... Miranha... Ja, okay. Ah, es sind nur Schützen, ne? Ja, hier ist ein bisschen schöner. Ah, keine Scheiße. Okay. Verätele dieser Linkshand. Mach's mal Kfee plus 50. Das ist ja unerärlich. Das ist gar nicht mal so wenig. Wo ist er? Hau du nicht drauf, du Trottel! Da soll ich nur auf ihn drauf bauen, auf den Magier. Nicht auf ihn. Scheiße. Wann dann? Wo ist der? Da ist er. Das ist ja auch der Plusfunk. Das sind schöne Tränke, die wir da finden. Mist. Wo ist der... ...Mantelmann? Da ist er. Scheiße. Die waren dann. Da war ein bisschen viel Nebel und alles. Ich muss nicht so viel Angreif drücken, sonst kann ich nicht mehr... Ja, das kann ich nicht mehr rollen. Also man darf nicht wirklich spammen, sonst ist man nicht mehr in der Lage zu rollen. Der hat doch Leben, der Wankelmann. Das ist so eine Scheiße. Mag ich Abwehr plus 5? Oder war noch was? Ich glaube ein Wetzelstein oder so. 27. 25. Gut. Let's hurry back. Maybe the part's open. Glaube ich aber irgendwie nicht. Da müssen wir glaube ich noch was machen, oder? Sehen wir ja erst, wenn das wieder normal ist. Gibt er sich direkt dahin oder macht er wieder so Umwege? Okay, er dreht sich in einen gewissen Pfad. Also auf eine gewisse Art besser gesagt. Und nicht direkt dahin, wo er hinwollt. Da war ja noch ein Tor, deswegen glaube ich nicht, dass er da ist. Aber es war doch hier noch eine Tür. Irgendwo. Ja, was ist mit der da? Vielleicht wo später? Dann gehen wir da mal durch. Hoffentlich nicht genauso scheiße wie die Metal-Männer mit den Skelett-Geistern da. Das war alles nicht so geil. Still a long way to go. Let's keep alert. It's impossible to predict what's coming next. Oh my. How embarrassing. Hey. How very ladylike of you. Well, it's perfectly natural, so I don't see the problem. Besides, I don't think I'm that hungry right now anyway. Morania, let's focus on how to survive this place instead. Ja, besser ist das. Das ist noch so ein Mantel, man. Zwei, ja toll. Ich weiß nicht, ihr sollt euch auf mich konzentrieren, ihr Penner. Wir rein jetzt am Boden. Die hole ich mal zurück. Auf mich konzentrieren, nicht auf die anderen. Okay, dann kann ich ja jetzt ihn da anreifen. Das wird ein ziemlich langer Kampf. Hallo, ich hab doch L gedrückt. Das ist nicht gut, dass ihr jetzt zusammensteht. Weil ich kann nicht den einen angreifen mit den anderen ausweichen. Das geht irgendwie nicht. Aber ich kann euch beiden eigentlich verfassen. Aber hier steht doch nicht mehr so arg zusammen, dass das geht. Lass mir ran ja in Ruhe, die Penner. Wo war der Mantelmann? Da. Scheiß, die Wandern. Ja, ich könnte im Kommando-Modus noch ein bisschen denen sagen, was ich machen soll, aber das hilft ja nicht viel. Hier ist schon Heilkreis. Hier ist schon Heilkreis. Und... Was soll Lackern machen? Der kann ja nicht wirklich angreifen oder so. Komm, einer soll mal langsam aufhören anzugreifen. Nicht machen. Der Mantelmann. Wo ist er? Ja. Der kann du sonst ihn doch nicht angreifen. Hast du selbst gesagt mit Penner. Ausweichen. Mit dem Schleim geht das alles ein bisschen schlecht hier gerade. Okay, die... Man merkt schon so langsam, dass die auf den Fokus nicht so sich konzentrieren, sondern wirklich... Ähm... Dann lieber... Alle angreifen. Normalerweise beim Fokus ist das so, dass sie nur mich angreifen. Aber hier ist das jetzt nicht so. Das ist der Fall. Wie kommst du hier hin? Du warst da gerade nicht. Oh, ich hab den Fokus aus Versehen ausgemacht. Jetzt ist er wieder an. Ja, aus Versehen ausgemacht. Ich dachte, es wurde getroffen, also... Aber wohl ich gar nicht. Ich... Ausweichen. Okay, den haben wir weggetreten. Und damit getötet. Dann würde ich lieber erstmal hier hingehen wollen. Es sieht aus wie ein Kampfkreis. Zum... Also zum Leveln. Hier könnte ich Leute beschwören, aber das ist mir... Eigentlich ist sowas von egal. Ich wollte nur nach Kuhnausschau halten. Und hier ist ja eine. Lapislazuli. Okay. Zum Färben. Ich kenn's halt nur aus Minecraft. Also ich weiß, dass Lapislazuli existiert in der realen Welt. Aber genau... Wirklich, was es ist, weiß ich auch nicht. Oh, Aya... Wir hätten besser frühstücken sollen. Ogernagel. Okay. Wahrscheinlich zum Craften. Das sieht auch sehr nach Arena aus. Nach Boss Arena. Deswegen speichern wir... Huch. Speichern wir lieber mal hier. Habe ich die Tour da übersehen? Ja, ich hab die Tour glaub ich da übersehen. Ich bin ein Freund. Was kann nur... Der Raum der Ascendung. Aber wie kommen wir in? Es gibt kein Objekt oder was. Hey, heads up. Was kommt. Oh. Was ist das? Was ist das denn? Schmerzen würden das Ding verhörten. Zayle, vielleicht wird meine Magik verhören. Let's das mal versuchen. Zayle, wachst du die Situation und gib dir die Anfragen. Das würde ich ja machen, wenn ich... genug Technik nicht mehr hätte. Wie jetzt zum Beispiel... Äh... Kopfschlag... Kopfschlag... Äh... Laub... Ich würde gerne sehen, ein Sturm war doof. Wieviel Minuten die noch hatte? Aua! Er hat mich geschlagen! Die weg! Dafür musst du erstmal heilen. Ich mach mal Sturm hier in den Kreis. Leider hat Mirania, anstatt ihn zu heilen, tatsächlich getötet mit Magie. Hier halt. Finster schaffen hatten wir nicht mal so einen. Aber der war allergisch gegen Feuer. Ja. Tschüss. Huch nein. Du denkst nicht immer, dass X springen ist. Bisschenweise über Sachen klettern. Kommt, haut mal drauf. Oh. Okay. Dann... Kopfschlag. Genesung. Hier, du übernimmst keine Seelen, Leben oder was auch immer. Äh, was? Wieso ist da so ein Kreis um Zale? Äh, genau. Auf ihn. Ich muss mal schnell in den Heilkreis, der nicht mehr da ist. Ähm. Du machst mal Sturm. Den Kreis. Du machst einen Kraftschlag. Und du machst mal Genesung. Da kam bist du wieder böse oder? Naja. Beide mich. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. We have come this far. We cannot afford to lose now. Maronia. The secret of Lazen's army. To help the army to survive the land of the land of the rest. Genesung, oh ne, Plakan ist wahrscheinlich wieder gefallen, äh, ja, um einen Kreis. Das war aber nicht der letzte, auch wenn es zu cooler Move war. Äh, Kraftschlag, Kraftschlag, Laub auf ihn, ja. Komm, haut einfach drauf, der hat nicht mehr viel. Okay, ich muss wahrscheinlich noch einmal Magie machen. Okay, was mache ich denn jetzt? Große Mirania! Hör auf mit dem Quatsch! Ich habe leider keinen Heilkreis, deswegen muss ich sie, glaube ich, kaputt hauen. Warte, ich habe es, glaube ich, ausgemacht. Ja, hier. Äh, Machtschlag, Kraftschlag, Laub auf ihn, ja. Wenn es ein bisschen schneller geht. Während er hier noch da ist. Gut, er hat nicht mehr viel. Ich bin tot. Genesung, los. Ah, der ist wieder da, jetzt nimmt er das Skelett hier, ne? Genau. Und heilt sich. Das ist eine dumme Scheiße. Und heilen, äh, heilen, sag ich schon. Anreißen. Oh, er hat sie aufgehalten, deswegen dauert das jetzt wieder eine Weile. Er hat... Und meine Technikqualten waren nicht voll, deswegen konnte ich sie nicht wirklich... ähm... Dazu... ...befehligen, das zu machen. Nein, ich hatte schon, aber sie war auch bei drei Sekunden, also das hat nicht... ...hiel gebracht. Meine Güte. Paladin, wie Paladin. So, this is the realm of ascendancy? Huh? So, Dagram? What do I do now? Ähm... A pulse. Something is definitely happening. Oh. Ah! Liberate us. We can hear no more. Let us leave here. It hurts so much. What? What was that? Was it the voice of the island itself? It's suffering. Why is it in so much pain? Oh, meine Güte. Cool, dass ihr nur dabei steht, hier bei den... ...beinen Gackern. Oh. Hey, Güte. Oh, das ist es, die Festung. Was? Oh, das ist die Festung. Ich glaube, das gefällt den Astar gar nicht so richtig. Was? Das Mal hat sich verändert. Wunderschön. Und ich bin ein Mann, das Herz ist wie uns. Ich erinnere dich. Wir haben uns wiedergeheben. dass wir wieder einmal sind. Ich glaube, die haben gar nicht mitgekriegt, was passiert ist. Ah, die Truhe. Ich habe die Truhe übersehen. So ein Scheiß. Ähm, ja. Ich mache das mal. Du, Pana. Ich würde nicht sagen nix tun, aber ich glaube die Insel aktivieren ist so das bessere. Sonst krieg ich auch noch einen auf die Fresse. Und die Insel aktivieren. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? 2 2 3 4 7 5 5 Ah, die Insel ist die Festung? Okay. Außerdem dachte ich, dass sie fliegt, aber wir haben ja eben schon gehört, dass sie schwimmt. Das ist ein bisschen lebensmüde. Die noble guests at the castle were surprised at the sudden turn of events, having expected a wedding. However, they gladly assented to the count's plan, well aware of the fame such an expedition could bring them. As they hurriedly began to make preparations for the impending battle against the Gorak, Lazulus Island echoed with more noise than usual. Several days passed. Okay. Was ich wieder a-drücken. Ich glaube nicht. Was wäre passiert, wenn ich auf nichts tun geklickt hätte? Was ist passiert hier? Jetzt ist er ein Saviour, dieser schabber, schabber von einem mercenarii. Der Count muss auf den Kopf verloren. Er ist nicht nur korrupt, Callister, er hat auch den Count. Du auch! Ja, mein Herr. Schau dir Zell wie ein hawk. Ja, mein Herr. Wir haben gerade ein bisschen größere Sorgen als die Scheiße, Giral. Wir haben gerade ein bisschen größere Sorgen als die Scheiße, Giral.